Was geht ab und herzlich willkommen zu Outlast 2. In der letzten Folge haben wir übelst kassiert von irgendeiner Snitch. Und hab jetzt mal abgehauen von der. Nee, nee, komm. Nein! Guck mal, ich kann abschließen wieder. Ja, und wie bin ich jetzt safe von der? Guck mal, ich kann es schließen hier schnell. Und oben zumachen. Ja, nice. Hey, du Alte! Das muss ich aufmachen. Boah! Steht rein! Alter! Du miss it! Die ist hier drin. Du kannst manche Objekte verschieben, indem du dich neben dich stellst. Wind. Ja, und jetzt? Ach, guck mal, hier die Leiter. Oder? Hä? Das hat bestimmt was zu tun. Ja, ich muss safe da hoch. Ja, ich kann nicht mehr weg. 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 ja er kann aber jumpen wg packt mich jetzt oh jesus god wants to be dead okay als ob deine tür aufgeht voll versporn selfie ist nicht nur da, da ist ein radio oh no, ich will aber nicht raus die alte ist doch dahin ich stelle irgendwo anders rein deine kamera hat an dem mikrofon und drücke vor, um durch Wände zu hören rollstücksbefolge die 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 Schöne, Schöne. Seif ist geord. Ah, ja ok. Ah, ja ok. Scheiße, Mann! ALTEN NICHT Der Typ ist ja noch immer da! Achso! Wieso konnte ich jetzt unter das Bett gehen? Weil... ist das creepy das Gehen... Warte, ich schleiche mich an den Typ mir jetzt vorbei! Achso, jetzt bin ich wieder im Bett oder was? Guck mal! Ach, ich muss einfach die scheiß Taste drücken oder was? Okay, gut zu wissen fürs nächste Mal! Ohne Flachs jetzt, ne? Warte mal! Halt den Linkse... Ja, hier sind aber keine Pflanzen mehr! Ja! Ah! Hallo? What the fuck? F**k! Nicht nur... Hehehe, man! Ihr hattet mich schon gesehen! Ich hab das nicht! Uh, shut the f**k up! Uh, shut the f**k up! Puh! F**k! W- 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 Die scheiß Kamera wird halt auch leer danach gehen... Das ist das Schloss, ich wollte schon gerade aufmachen, ja. Was ist das? Thank you! ...dienst hat der Herr und... ...warte mal... ...scheiß Kamera hoch... Ey ihr Bot! Sprint! Um dein Leben! Alter, ist das Schmuck! Junge, ist das Mikrofon, das das hier ist! Und jetzt... ...Hier hat uns diese... ...un das Zimmer! What? ffuck! F эк! Er ist ein Mikrofon! Dismann! Auf geht's! Gott, ich hole... Oh, Fuck. Okay, irgendwas auf Lateinisch. Boah, so. Die ist nicht unverkundverschlossen. Kann ich nicht schleichen oder so? Das ist nicht so, was ich das hier passiert. Oh Gott, mein Gott. Puh, mein Gott. WTF?! Die sind nicht schrecklich. Kann ich nicht umfass uns? Was geht da oben ab? Junge, der ist da eingesperrt. Ich wollte schon gesagt, da packt mich gleich eh einer. Ich wollte schon mal schauen, was da noch ist. Ich wollte noch mal schauen, was da unten ist. Ich wollte noch mal schauen, was da unten ist. Wo die ganze Periode ist. Guck mal da. Guck mal Papa Papa sagen. Ich sehe noch was wertvolles für mich. Niiiice. Guck mal an. Battery. Gut schnell hier safe rein. Holy shit. Das ist bestimmt hier der Typ. Ach ne, bitte pack mich da keiner. Guck mal an. Okay, hier ist... Radio. Die sind halt sehr gläubig, die Leute. Blockiert. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Super. Guck mal an. Oh shit, run, 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 run! Run, 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 run! Lynn! Where are we going? Away from here. Anywhere but here. We're going to run automatically. We're running. Oh shit. What is that? My stomach. It hurts. Something is wrong. Fuck. Oh no, it's not good here. Lynn. I have to stop. I just... I need help. Oh god. Jesus Christ, Lynn! What's happening here? When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? What did they do to you? I can't talk about it. I can't talk about it? Don't ask me! Don't ask me. Come on! I'm coming! Don't go! I'm coming! I'm coming! Our faith has been proven. The woman who came to temple gate this day from the outside world, with her the foul first, we've been waiting on them! Okay. That's was with this episode. I hope we'll see you next time from Outlasts. haut rein leute